Nice, hältst du dich gut. Kann man bei dir hin. Ja. 452 euro es gibt erst gut noch mal 427 haben wir schon mal eben noch drei küschleins kommen 386 1 4 wer ist mr santa 155 ein spin haben wir noch und zwei küschleins brauchen wir noch hat er nur eingeschmissen 1621 euro machen 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 Jaa... Haha. 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 Haha! Nonii, Lets go! Haha! Haha! Jaa, Pinki! Kaksik! Ich bin glück! Auf! Haha! Huh! Olihan se sieltä se osuma. Oh fucking God Christ Almighty. Let's go, let's go, let's go. Se oli neljän kilo osuma. Saldo on pelastettu. Vieläkö tämä jatkuu? Se on se kysymys. Ei taida enää jatkua. Ei se tästä kyllä enem... Enäähän se ei kyllä tästä voi antaa mitään. Oh, kaulis. Ekao was. Jonas, können wir machen. Oh, das ist gut. Oh, oh, oh. Jetzt schmeißt irgendwas. Mach noch einen in der Mitte, Bruder. Oh, 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 oh. Jetzt gib ihm. Gib ihm. Gib hier vorne, gib hier vorne den Hund. Oh, 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 oh. Der kann knallen, Digga. Der kann knallen. Der kann knallen. Wie nett er gewillt. Der kann knallen, Digga. Wenn er da die Hunde vorne gibt, ist Feierabend im Karton. Vier Spins haben wir noch. Oh, der ist gut, Digga, voll hier wieder. Ne, ist nicht voll. Ist er nicht okay? Ne, ne, der bewegt sich nicht. Komm, wir sind recht. Aber gut, es sind auch vier Hunde, mal drei, mal zwei. Also, der kann richtig reinjallern. Wir haben noch drei Spins. Na, der muss in den dicken Köter vorne geben, dann ist Feierabend. So, ich hoffe, der Kopf ist besser. Digga, dann musst du hier in der Fläche mitte. Also, das Ziel tut er sich schon mal besser. Das ist schon mal gut. Oh, ja. Tschüss. Digga, so viele Häuser habe ich noch nie gesehen. Das sind die Häuser von den letzten Malen, weißt du? Die er uns immer vorenthalten hat. Das sind die Häuser. Das sind die Häuser. Machen wir noch zwei Häuser da rein, noch. Tschüss, Digga. Dann ist jedes Bild Vollbild, Digga. Ist das ein 10er-Vollbild? Das ist ja auch nicht, Digga. Flory knallt nochmal, Digga. 1500 Bits raus. Der will seine Spitze auf jeden Fall verteidigen. Jetzt bin ich fertig, sagt er. Okay, jetzt. Ist ja jeder dick. Black Dog, ja, aber der Black Dog vorne ist Feierabend. Black Dog ist ein Taui oder so. Vor allem mal drei und sowas. Der ist ja leider schon 100er wert oder so. Flory, Kuss geht nochmal raus. Für deine nochmal 1500 Bits. Erster mit Abstand. Mit 2000 Abstand. Ehrenmann. Ich küsse deinen Arsch. Jonas, ich hoffe, du bist da. Guck mal, das ist eh den dicken Hund vorne, eh Oh Gott Dicker, was ist das denn? Dicker, aber das Schlimme ist, er connectet nichts hinten Kein Knochen, kein Kuh, kein K Der Kuh hätte unten sein müssen Der Kuh Dicker, was ist das denn? Auf 1,60 Euro Einen haben wir nochmal Das sind schon mehr als 200x, fast 300x Einmal hinten, er muss hinten und vorne connecten Und dann den Hund, Alter, einmal nachkommen Hier jetzt vorne Pissköter, Schwuleköter, irgendwas Ist zerrissen Das ist ja schon zerrissen Jungs, ich will die Helme sehen, das ist ein YouTube-Video Helme, Helme, jetzt rein, jalla Oh, dicker Köhter Oh, aber der ist auch dick, der ist sehr dick Oh, der ist fett, Dicker Guck mal, wie er marschiert, Dicker Der marschiert, Dicker This is like a porn Dicker, der marschiert Ich krieg die Gänsehaut, Dicker Ich hab Gänsehaut, Dicker Oh, bitte mal mehr, Dicker Dicker, was ist das denn? Der Hund vorne fickt einfach Familien Ja, da klingt der andere Hund auch Die ficken beide zusammen Oh, no, aua Ist das ein Taui, Dicker, ist das ein Taui? Ja, mindestens Oh, guck mal, das wundert schon Nein, ich meine, ist das ein Taui unten? Ja Ja Ja, es ist ein Taui Es ist ein Taui Oh, Mama Es ist ein Taui Oh 1060 Euro und 72 Cent Oh Naja Valante Stark never pays Yeah, it had to be a Massehunt Here on Sugar, unfortunately I, I, it's not, it's not for my own will That I hunted only NetEnt games I did it because I simply had to I didn't have any other option I think that my favorite slot symbol of all time Has to be the Explorer, right? On Book of Ra Come on Getting those chickens Skamas chickens And no more keys to the upgrade Hmm, okay Another key Okay, okay So one harp now on the last reel And we're back Might be back No Now last Jarro Let's go And now fill it up Fill her up now Fill it up, I mean And now harps on the last reel Come on Ooh Okay But we need to get it instantly Yeah Yeah Wow Hahaha Hahaha Jarro 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 Look at this Yay Haha Come on More More Or premium symbols Or something Holy shit This was so unexpected We didn't have any more spins And then we just upgraded to the harps Look at that Come on more now Or Jackie boy Oh Whoa Wow Hahaha Look at that bro What How much is that even What What the fuck Don't fly in here Get the fuck out Look at that What is happening Ser Okay And more Fullscreen Fullscreen it up bro Ah Look at this What's that fly in Hey bro It's fucking swan Diking into the street Look at that So lucky Saved this Did you see I had zero spins left And then I upgraded to the harps And now this happened Yes And we watched the screen Under Wow That is so nice It's insane Balante Saved more Imagine we got the last one Yeah How much I don't know how much that is How many eggs do you know How many eggs it is For fullscreen I don't know how many eggs do you know I don't know how many eggs do you know I don't know how many eggs do you know I don't know how many eggs do you know Look at this This is nearly 1,800 Over 900 Holy So Sheet Lucky On the week This was like when I was We went with Kiramo To this kind of like a party Or like a gathering Or whatever It was really fun Because there were people Who actually like Recognized Or knew We didn't know any of them But they Some of them knew us Since they've been watching The stream So it was really nice Come on With the Best one now Okay Oh my god What? 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 No way No way What the hell is going on? What? What? Oh my god What? No Oh my god Oh my god Oh my god What? No Oh my god Oh my god Geh weg weg! Geh weg weg! Geh weg weg! Ich muss das hier sehen. Ich kann das nicht einschaffen. Jegann bin es nicht dran. Dia ist es normal ein bisschen. Was? Jakepik? Ich muss es verletzen. Ehm, wieso ist der Chef? Mann! Mann! Was? Oh, what is going on? Wait. This is a picture worthy win. Yeah. Oh my god. Oh my god. Okay, I think we're gonna do a bit of a bonus hunt. Should we do a bit of a bonus hunt?